Stenovideos sind Videos von Stenogrammen. In Verkehrsschrift so geschrieben, verständlicher zu lesen, für den der anfängt. Stenogrammen. Wir kürzen es aber ab, so als Stenogramm, weil wir es öfters wahrscheinlich noch gebrochen werden und weil wir es an anderer Stelle per Klick in einem separaten Stenovideo erklären. Stenovideos, die eignen sich für ein soziales Steno im Gegensatz zu einem Individualsteno. Hier ausführlicher geschrieben, soziales Steno in Form eines leeren Lehrgewebes in einem separaten Stenovideo zu behandeln. Stenovideos ermöglichen Videolinks. Und das wird auch separat behandelt. Man sieht hier den roten Faden, der sich durchzieht bei Stenovideos. Und das sind die Hyperlinks, die Videolinks. An diesem Netzwerk Lernlehrgewebe könnten alle in dieser Community teilnehmen. Und alle Stenovideos, zumindestens von dem Autor dieses Videos, sind unter Creative Commons Lizenz, sind weiter bearbeitbar und weiter vernetzbar. Mit Hyperlinks, mit Videolinks.